Ich bekomme meine Forschungsfile. Ich brauche alle meine detaillten Kastnoten. Schau sie. Ich bin nicht interessiert. Nicht nennen sie das. Sie müssen nachschauen. Meine File erklären alle ihre speziellen Neues. Leute umbringen. Tja. Hör, ich muss den Direktor Hansen finden, der amerikanische Mann in der Suche. Er war unter, mit diesen Soldaten. Sie werden die Kinder... Nein, sie werden sie töten. Bitte, Sie müssen sie retten. Ich muss den Direktor Hansen finden, der amerikanische Mann in der Suche. Er war unter, mit diesen Soldaten. Sie werden die Kinder... Nein. Das sieht so nach... ...eventueller Fall aus. Und ich komme da nicht mehr durch. Richtig, richtig scheinlich lästern. Okay. Zack. Und jetzt aber. Los, ob schneller hier. Schau doch, gehen die Tür jedoch zu, Mensch. Aha. Ja, dachte ich mir doch, dass ihr da kommt. Was machst du denn? Oh, da ist noch einer. Halt, halt. Den anziehen. Was machst du denn? Das sind sogar noch zwei verdammt tags. Du hast ihn verloren. Komm her! Komm her! Komm her! Du hast ihn verloren. Komm her! 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 Scha everyone! いうこと! Se at name! Das ist richtig gehen! айтесь rij gasped! Na also, das war jetzt mal, also das hat sich ja, hat sich das, ne? Nö, 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 nö. Oh, doch, 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 doch. Hm. Wo sind wir, oder vielmehr wann sind wir? Und ich hab Waffen. Ich hab' da raus! Hä? Das ist ich! Hey, kannst du mich hören? John! Das ist ich! Äh, ich kann dich sogar sehen, alter. Oder, äh, wer spricht jetzt mit wem, was am Tags? Ah! Hm, ach da sind wir. Just what did you think you were doing? What made you think you could get away with it? What made you think you could get away with just shooting people? Where am I? Let me help you. Don't listen to him! He's lying! Hm, hm. Hm. Das kommt mir doch bekannt für. Look at me! I'm your friend. And the only friend you have left. You're... You... Are... I'm here to help you. I... I can't remember. I can help you to remember. And I can help you to be strong. Just trust me. Ah... Thank you. Den Spruch haben wir schon gehört. Und ich glaub wir immer noch nicht. Take him to the labs. Prepare him for the surgery. Oh, hmhm. Oh, hm. Oh, hm. Hm, hm. So, was geht hier sonst noch schönes vor sich? Hm. Anfang, Intro... Hm. Who cares? They should switch that creep off. Come on, spill it. What did he actually do? Hmm. Hmm. Ich bin nicht sicher, was du bedeutet. Wie seine Beine? Das ist Hansen's Projekte. Soll es uns alle auf der Straße bringen. Ah ja, ich erinnere mich. Kann man sich noch... Oh, das war in Zeiten. Das waren noch Zeiten, ja, ja. John, du musst verstehen, du bist nicht wirklich hier. Was meinst du? Das ist nicht das Präsent. Das ist ein mögliches Zukunft. Aber ich... ich bin hier bereits. John, du hast dich nicht verloren. Entschuldigung. Bleib fokussiert. Erinnere mich, wo du wirklich bist. In der Zentner-Base, unter Dobrinski. Du musst dich händelig stoppen. Wenn du schon so blöd da rumstehst, Kerl. Dann machen wir uns das einfacher. Ja. Hm. Sowas von, ja. Fuck. 2, fuck Das ist jetzt uncool 3, ei, 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 ei Ich müsste mal hier weg Ich bin dann mal tot Ja, bitte ab Kontrollpunkt Ja, ich bin mir sicher Ach ja, nö, ah doch Ich würde schon sagen, man hat mir meine P genommen Du, du, ich würde dich da Genau, geht ihr schön wieder ein bisschen rumschleichen und so, ne Ist, ist klasse Ich versuch's dann nochmal Vielleicht krieg ich ja jetzt noch ein bisschen was weg Hey, du da Hm Was soll das hier Nix da Psychokinese gegen mich einsetzen Es gilt es nicht Ja Kommt nur her Ich glaube, der hat keine Ahnung, wo ich bin Gott sei Dank Und so eine Projektion kann ja auch Leitern klettern Ist ja gar kein Problem Ah, da bist du growl was getötet hat sie nicht aber es hat ein wenig wehgetan und das wird nicht gut wo er kriegt lieber so viel nachschub leute nach schneller nach direkt der nächste sehr unfassbar was noch ein Prozent vor Ort hoch vor Ah, schneller, 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 schneller nachfahren. Warum hast du die Betäubungswumme? Egal. Hat auch erstmal funktioniert. Oh, den hab ich zu Tode betäubt. Das ist nicht gut. Ah, die Tür ist offen. Das sollte wohl ein kleiner Miniboss-Battle sein oder so. Nö. 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 Nö.